Booyah! Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Wario in 3 zusammen mit Mariposa. Das bin ich! Ja, Leute, wir sind auf dem letzten Level dieser Ebene angekommen. In diesen komischen Pirsely Woods, oder wie die heißen. Schnacken nicht lange rum. Ich glaube, hier kommt gleich so eine Wolke. Ja, da ist sie. Ich will das da haben. Danke. Booyah! Booyah! Weg! Kriege ich nicht ein Jetpack irgendwann mal hier? Ich will mal ein Jetpack wieder haben. Oh Gott. Hier war irgendwo eine Tür versteckt. Glaube ich zumindest. Dass irgendwo hier was war. Oh, weg damit. Einmal kurz hier verstecken. Los, wo ist sie jetzt? Da ist sie. Okay, da ist die eine Tür. Aber ich bin der Meinung, hier gibt es auch noch eine zweite. Und da geht es weiter. Ja gut, das ist vielleicht die zweite Tür. Ich gucke jetzt erstmal nach da vorne, was da vorne drin ist. Es könnte nämlich sein, dass hier ein Schatz ist. Ja gut, es sind nur Herzen, aber egal. Wir sind bald beim Endboss. Herzen sind wichtig. Wir wissen alle, wie ich spiele. Oh, da kam was runter. Erstmal schnell abspeichern hier. Oh! Schnell. Nein, du gehst weg. So. Da hätte ich eigentlich reingekommen, aber ich habe mich nicht getraut. So, und weiter geht es. Da geht es wieder zu diesem Ding. 2, 3. Gleich weiter rennen. Oh, still weg hier. Oh! Das war knapp. Lasst mich in Ruhe. Geht alle weg. Nein! Oh, Gott sei Dank. Himmel. Nein! Oh Mist, jetzt bin ich reingekommen. Nein, 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 nein. Da kommt auch wieder eine. Da kommt auch wieder eine. Mist, jetzt bin ich dann bestimmt gleich klein beim Endboss. Hilfe, da ist meine Katze gegen die Tür gerannt. Da kommt der Endboss, glaube ich jetzt. Da noch was zum Großwerden? Ja, wenigstens etwas. Uh, 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 so. Und der Endboss. Das ist der Geist, wie ich gesagt habe. Ich weiß nicht mehr, wie das geht mit dem. Nein, 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 nein Lass mich. Nein. Warum werfe ich das denn immer weg? Nein, geh weg. Mist, ich bin klein. Ich bin klein. Ich werde es nicht schaffen. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, jetzt müssten drei hintereinander kommen. Mist, Mist, Mist. Ich kriege es nicht hin. Nein, Hilfe. Hilfe. Nein, komm her. Och Mann. Scheiße. Ah. Warum? Warum? Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Das schaffen kleine Kinder. Gib mir das. Geh doch. Einmal. Endlich. Ich habe mal getroffen. Hurra. Nein, drüber geworfen. Ah, nein. Okay. Nein. Warum? Warum? Mist. Hilfe. Gut. Nein. 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 Ah, Mist. Zweimal. Endlich. Endlich. Oh Gott. Jetzt tritt er voll auf hier. Lass mich in Ruhe. Ah. Mist, jetzt konnte ich den nicht nehmen. Oh, komm. Einmal noch. Einmal noch. Ah. Ah. Unser Daunits kommen da drei Stück an. Lena, will ich? Nein. 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 Mann. Ah. Nein. Nein. Ah. So, wir sind wieder beim Endboss. Ich bin sogar diesmal groß geblieben. Oh. Okay. Nein. Ach. Mir das. Nein, drüber geworfen. Uh, schnell. Zack. Ah. Wieder klein. Es ist gemein, dass man so schnell klein wird hier. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Es kommen drei Stück. Drei. Drei. Der gehört mir. Ah. Ach. Weggebumst. Ich bleib einfach hier hinten stehen. Ich weiß es nicht. Okay. Versuchen wir es nochmal. Mann. Wie Wario zittert. Nein. Dieser Boss regt mich auf. Nein. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Und jetzt kommt drei Stück. Zwei. Drei. Ich hab noch einen. Ja. Nein. 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 Jetzt müsste ich genau hier rüber, weil da kommt noch einer. Einmal. Oh. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Nein. Oh nein. 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 Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hm. Sollte vielleicht nicht hier hinten stehen. Weil da einer kommt. Nein. Komm schon. Noch einmal. Noch einmal. Nein. Okay. Gleich fliegt er nach rechts und dann kommen die drei. Eins. Zwei. Drei. Meins. Nein. Nein. Ich sollte nicht hier hinten stehen. Nein. Nein. Mist. Schnell aufsammeln. Schnell. Ja. Endlich. Oh Gott. Ja. Geld. Mein Geld. Mein wundervolles Geld. Ich hab's geschafft. Endlich. Ja. Da rollt mein Geld. Oh Gott. Gott war das schrecklich. Dass man immer mehrere Fähnchen hinstellt. Und wir sind im Endbossgebiet. Ui. Na sowas von. Sirup Castle. Okay. Okay. Dann. Auf auf. Mein Gott. War das jetzt ein schrecklicher Boss. Oder nicht? Ditt ditt. Da geht's nicht. Hier kommt wieder so eine doofe Wolke. Naja. Bis jetzt nicht. Okay. Aber solche. Okay. Ja. Damit kann ich umgehen. Dann haben wir schon fast hinter uns. Unser kleines Wario Abenteuer hier. Ups. Grandios. Vielleicht erstmal schön hier ablosen. Find ich so, dass ich eben nicht abgelust hätte. Ditt 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 ditt. Das war aber auch ein echt blöder Boss. Huch. Wo geht's hier so hin? Das, 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 das. Ja. Okay. Okay. Ich nehme erstmal das Ding hier. Und gehe erstmal hier rein. Wo geht's hier hin? Mann. Der hat mich echt aufgeregt. Abspeichern ist wichtig. Ditt 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 ditt. So, da kommt was. Genau. Wusch. Bip, 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 bip. Oh. Jetzt ist er nicht gesprungen. Er sollte eigentlich springen. Ja, wundervoll. Wieso ist da eine Münze weg? Ditt 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 ditt. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich bin mir unsicher, ob ich die Herzen einsammeln soll oder nicht. Hup. Hup. Hat geklappt. Ja, toll. Aber nichts Besonderes. So, weg mit dem All. Ich weiß noch was. Hier ist ein Schlüssel. Da oben ist das Ziel. Aber guckt mal auf den Boden. Das da. Seht ihr das? Es ist ein Geheimgang. Bitte sehr. Daran habe ich mich jetzt wieder erinnert. Rein da. Und der nächste Schatz ist unser, eine Walfigur. Tadum. Den fand ich immer am schönsten. Bip, bup, bup, bup. Tittitt. Ah, da kann man gar nicht hochspringen. Das ist also nur ein ganz kleiner Gang. Das machen die aber fast in jedem Spiel, ne? Ist euch das schon mal aufgefallen? Dass ein Gang so komisch versteckt ist. Weg. Und blup. Und geschafft. Das ging doch richtig gut. Und auf zum Castle. Rein da. Ach ja, was haben wir damals ewig gebraucht, hier hinzukommen. Da haben wir echt ewig gesessen und uns immer schön drauf abgewechselt, wenn einer gestorben ist. Weiß ich noch. Hier waren wir einmal im Sommer. Oh. Ja. Klasse. Und dann sollten wir aber zu meiner Oma runter, weil wir zusammen grillen wollten. Das weiß ich noch. Und wir wollten alle nicht, weil wir das spielen wollten. Schwupp. Weg. Weg. Geh mal weg. So. Ich habe jetzt hier was zu tun. Da ist nur ein Herz. Upp. Und was verbirgt sich da drüben? Upp. Uah. Da werde ich wieder groß. Kann der jetzt mal nicht weggehen? Geht doch. Danke. Äh. Uah. So. Jetzt fühle ich mich wohler. Mit einem Jetpack würde ich mich zwar noch wohler fühlen, aber man soll nicht immer knausern. Oder meckern. Man soll mit dem zufrieden sein, was man hat. Sagte sie und meckert immer rum. Uh. Uh. Wenn sie kein Jetpack hat. Uh. Was verbirgt sich da hinten? Was ist da? Ah. Jetpack. Ah. Gott. Habe ich mich... Äh. Da geht jetzt nicht mehr. Okay. Mein Jetpack. Ich will mein Jetpack. Ja. Mein Jetpack. Ich liebe mein Jetpack. Mein Jetpack. Wo geht es hier lang? Ah. Okay. Einmal sicherheitshalber absprechen. Eine Münze. Der arme Kerl. Hier gibt es aber auch nicht so viel für München. Ja gut. Sie jetzt, ne? Die dicke Henne. Weg. Weg. Ist hier noch irgendein Geheimnis da oben? Nö. Okay. Dann gehen wir einfach weiter. Mann. Ich brauche mindestens zehn München. Soll ich nochmal zurück und die Münzen holen? Vielleicht besser, ne? Ich brauche wenigstens zehn Münzen. Ja toll. Jetzt. Sehr gut. So. Und wieder zurück. Die zwei will ich jetzt aber auch noch haben. Das sehe ich jetzt nicht rein. So. Weiter geht's. Wie findet ihr denn das Schloss? Ich finde das von Bowser, um ehrlich zu sein, schöner. Also besser. Wie das, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, woran es liegt. Aber... Es ist nicht meine Welt. Also vom Aussehen her. Ich habe das mega gern gespielt hier. So. Hupp. Und natürlich überall Lava bei den Bösewichten. Muss ja immer sein. Was ist da? Noch ein Jetpack. Okay. Das hebe ich mir aber auf. Falls ich jetzt klein werde. Einmal auf den Boden rumkrautschen. Da ist das Ziel. Huch. Sagte sie. Und bringt sich fast um. Was passiert jetzt wohl? Explosionen. Und jetzt ist erst mal eine Spur. Sagte sie und wartet. Eine Spur dünner, wollte ich sagen. Ach Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch der Part hier gefallen hat. Ich glaube nächstes Mal ist Finale. Dann lasst doch gerne ein Like und ein Kommi da. Wenn es euch generell gefallen hat, dann hinterlasst auch sehr gerne ein Abo für diesen Kanal. Würde mich mega freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt. Wario Land 3 zusammen mit Mariposa. Bis dann. Tschaui. 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 Tschaui.